Hallo und willkommen zurück zu Indie. Ja, wir sind immer noch in der Mine würde ich sagen und wir haben jetzt hier ein kleines, ja ich sag mal Mini-Spiel. Wir müssen nämlich dafür sorgen, dass diese Bahn da ein bisschen verunglückt. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir das machen. Ich muss mich einfach kurz wieder anbieten an die Steuerung. Okay. Gleich zwei. Mal gucken, wo der fährt. Okay, da fährt er einfach nur im Kreis. Gleis vier. Hm, dieser hier funktioniert nicht. Vielleicht klemmt die Weiche. Okay, bei Gleis fünf ist auf jeden Fall was los. Okay, wir müssen mal gucken, wo Gleis vier ist. Wir müssen nämlich irgendwie die Weiche freikriegen. Ja, wird noch jetzt häufiger passieren, dass ich mich verdrücke. Weil ich jetzt noch eine Länge aufnahmen brauchst habe. Das ist Platz eins. Jetzt fehlt hier nur im Kreis. Stoi am Mestri! Okay, hier ist auf jeden Fall gleich vier. Ich kann die Weiche nicht umstellen. Kein Wunder, sie muss geölt werden. Haben wir Öl? Sollen wir mal gucken, wo wir Öl haben. Sollen wir mal gucken, wo wir Öl haben. Ups. Das gab nur Beule. Das gab nur Beule. Und jetzt nicht ein 귀여hen. Auch die Pflanzen knapp hier wurde. σαpeich. Denn hab nicht geültet. Wenn es so knapp, eine gute balluche women macht, dann muss ich eben checked sein. Nach syrup spüren wird alles. Das war man kaputt. Ich lytte mich zu, dass jemand kann es sich finden. Nudere ist wenn man hier déprendert. Und ehrlich aufsteiger ist. Undし, du chill numberens permanen. Die Flower die Br passing ist rue aber nicht genug verdant. Ok, jetzt ist die große Frage natürlich, wie kommen wir auch da rein in diesen einen Bereich, da ist ja noch was zum holen, nämlich hier. Also wie ich das sehe, ist da eine brückelnde Wand, da kommen wir von der anderen Seite aus ran. Natürlich ein bisschen angeschlagen, da wird es uns eben noch ein bisschen dick im Fahren. Ok, jetzt geht's. Wenn wir unterwegs sind, sollten wir nicht so viel rumfahren, denn das wird schmerzhaft. Wo kriegen wir jetzt Öl her? Hm, hübsches Kind. Ich leg mal Weiche 1 um, vielleicht können wir da im anderen Bereich irgendwas finden. Was? 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 Aspekt. Was? Das war's für heute. Das wird unangenehm. Hm. Achso, das ist der Anfangsbereich. Okay, man muss sich ja ein bisschen orientieren. Gut, wir haben schon mal was ausgelöst. Muss man auch weiterkommen. Okay, da nimmt er nicht nix. Hm. Ein Schlüssel. Ich weiß noch nicht so ganz, wo der Schlüssel hinkommt, aber... Ich muss einen besseren Platz finden. Es ist der Anfang nicht sicher. Okay. Da hinten an der Stelle kommt man nicht aussteigen. Okay, jetzt müssen wir mal Richtung 2 gehen. Ich schätze mal, dass wir dort dann irgendwas irgendwann mal die Tür finden müssen. Hoffe ich doch zumindest. Das ist halt immer viel Rumprobiererei gerade, aber... Lässt sich halt nicht vermeiden. Hier kann man nix machen. Ich muss hier auch nur 2 Öl rumliegen. Verstehen. Ups. Na, hätte ich mich beinahe wieder festgebackt, weil der Stick nicht so wollte, wie ich wollte. Okay. Die 2 haben wir gerade umgelegt und hier ist nicht wirklich was, soweit ich sehe. Hilft dir nix. Wir müssen einfach umprobieren. Ich muss einen besseren Platz finden. Okay. Einmal Weiche 2 wieder umsetzen. Und dann Weiche 3. Okay. Wir müssen ja einfach rumprobieren, wo wir dann am Ende landen. Gehen wir uns immer wieder um. Okay. Das war's für heute. Moment, hier muss ich mal mich umschauen. Na, hier oben ist wahrscheinlich auch nur die eine Tür. Mal ein bisschen aufräumen hier. Oh, noch mehr Spinnen. Oh, noch mehr Spinnen. Hier wimmelt es von Riesenspinnen. Aber nicht das, was ich gesucht habe. Also, weiterfahren. Rollstaste. Das wird jetzt wehtun. Oh, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Wir haben gemerkt, wir müssen Hebel 3 umlegen. Ach nee, wir müssen erst mal Hebel 3 umlegen. So was, erst Hebel 1? Nee, erst Hebel 1. Wir müssen erst mal... gucken, was mit dem Gleis los ist. Ach nee. Wir müssen erst mal die Runde machen, damit wir dann das Gleis überhaupt ankommen. Ah, ich sollte nach ein paar geschaffen Abschnitten am besten mal Schraube holen. Was? 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 Dankeschön. 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 An der Nichtsbestelle müssten jetzt richtig... ...ein Schlüssel. Ein ziemlich großer Schlüssel. Wahrscheinlich erst wenn ich da durchgefahren bin. Dann fahren wir noch mal den Speicher und dann weiter. Da war ich nicht schnell genug. Hey, du! Du hast keine Chance. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Eine sogar noch bessere Lebensversicherung. Eine sogar noch bessere Lebensversicherung. Ja, jetzt sollten wir uns auf jeden Fall mal heilen. Na, der Punkt ist, da oben ist was. Und hier ist auch was. Ist was freigesprägt worden? Hm? Hm. Hm. Okay. Jetzt kommen wir plötzlich wieder in diesen Bereich. Ich hab noch nicht so ganz verstanden, was wir hier machen sollen. Irgendeinen Sinn muss es ja haben. Okay, wir müssen auch gleich Feierabend machen, sehe ich grad. Erstmal hier hin, bisschen Sauerstoff holen und dann sind wir wieder auf Tauchstation. Hier können wir eigentlich auch momentan noch nichts machen. Hier können wir eigentlich auch momentan noch nichts machen. Um. Öhm... Ok... Hm... Okay, also wir kommen hier auf jeden Fall nicht raus. Wo der einen Stelle sind die Türen zu. Da muss man mit dem Gewicht eines Wagens hin. Ok, ich lege mal zwar einen Spielstand an, aber ich werde nicht den letzten überschreiben, sondern den anderen. Und dann machen wir hier an der Stelle erstmal einen Cut und dann beim nächsten Mal muss ich mal gucken, ob wir hier irgendwie wieder wegkommen oder ob ich tatsächlich den Spielstand laden muss. Denn das weiß ich noch nicht. Danke wieder fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.